Musik 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 Ist doch alles ganz! Warte, die Grafik Musik Ok Ihr seht das nicht, ne? Ich hab so Bildzerreißer im Spiel Musik Ok, das ist meine Siedlung Verlassung Kommunikationsstation Ok, ich glaub wir kriegen ein kleines Tutorial Aber nur für den Anfang Was ist das denn hier? Rezepte Musik Es scheint schon sehr viel zu werden Hitman, herzlich willkommen, schönen guten Abend Von welcher Küste denn, Hitman? Gruß zurück So, und das ist unsere Flotte hier, oder was? Warum Erntemaschine? Ja, das ist immer geil Ok, wir werden wahrscheinlich auch Spritverbrauch drin haben Wir werden es mal sehen Oh, die Zeit läuft, uh! So, was sagt das Tutorial denn hier? Abfall und Verkippung Erzeugt Abfall Der eingesammelt werden muss Um die Gesundheitszustand in ihrer Siedlung sicherzustellen Sie können eine Abfallsammlung an ihrer Siedlung anbringen Dessen Abfall einzusammeln Hört sich logisch an Hört sich logisch an Ähm Abfallverwaltung Schornstein So, Förderbänder gibt es auch Abfallsammlung Guck mal, hier haben wir es doch Brot heißt raus, ne? Ok, so Lebensmittelmarkt Es gibt nur Brot Oh, Kartoffeln Das Brot Timo, auch dir herzlich willkommen Schönen guten Abend Wie geht's dir? Ja, ich bin genau auf dem selben Level Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss Aber Wir müssen anscheinend Industriegigant werden Ich halte mich da lieber raus Ich hab da meine Erfahrungen und Das ging flott Im Betrieb Kann man das weg machen, ja So, also, oh, also weiter haben wir genug, ne? Was ist das hier? Einfaches Gebirge Sieht nicht so aus, oder? Hier können wir was abbauen Ok, es ist anscheinend nicht nur einfaches Gebirge Guck mal, schönen Strand haben wir auch hier Sehr nice Ok Kein Tutorial mehr weiter Was müssen wir denn hier reparieren? Wir müssen eine Technologie erforschen, um dies reparieren zu können Ok Gibt es hier eine Forschung, oder was? Verkippungsgebiet Ich habe keine Ahnung Lassen wir auch erstmal Kann ich die Tutorial Info nochmal sehen? Weltkarte Oh, okay Muss man wahrscheinlich auch Handel betreiben, ne? 55 Monate Vorrat an Essen. Okay. 74 Mitarbeiter. Können wir den holen? Oh, ist der schnell. Ah, der wacht kaputt. Okay. Vielleicht geht das auch noch gar nicht. Vielleicht. So, was haben wir denn hier? Zementkohle, Konstruktionsteile, Kupferdiesel, Erde, Abgas, Eisen, Eisenschrott, mechanische Teile, geschmolzenes Eisen. Kommt bestimmt mal mehr dazu, oder? Werden wir ja sehen. So, ich will Forschung. Nachrichtenzentrum. Ach, guck mal, hier können wir es sehen. Ach, die Verkippung müssen wir auch noch aufbauen. Okay, dann machen wir es eben. Oh. Hm. Oh, okay. Warte mal, wie geht es dir? Zurück. Durch Timo geht es sehr gut, das freut mich. Schön. Wie war denn dein Tag? Doch, das passte so nicht, ne? Wenn es rot gekennzeichnet ist. Wer ist dieser Hobby-Achschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Grüner, herzlich willkommen auch dir. Schönen guten Abend und wie geht es dir? Och Mensch, geh doch nicht ganz weg. Danke. Okay, das will irgendwie nicht funktionieren. Warum denn nicht? Ebenerdig? Nö, ebenerdig macht der gar nichts. Ah, so ist gut. Okay. War es full? Ich muss Abfall nicht liefern. Kein gültiges Ziel. Boah, es geht schon los hier, ne? Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Ja, erklär es mir doch, Doc. Wenn du es besser weißt. Warum ist es denn jetzt grün? Die bleibt jetzt einfach da so stehen, oder? Wir brauchen bestimmt da irgendwie eine Tanke oder so. Werkzeuge. Verschiedene Werkzeuge. Ctrl-C, ja, 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 ja. Aha, guck mal hier. Schon abkopieren. Ja und? Bringen wir das jetzt nichts, ne? Beginne Wiederverwertung. Dann bin ich nicht sicher, ob ich da irgendwelche Fahrzeuge führ. Werden wir gleich sehen. Ja, anstrengend, Gräuner. Aber sonst war der Tag eigentlich ganz okay. Vor allem danach. Nach der Arbeit. Wie war deiner? Dein erster Urlaubstag? Ja, macht sich das einfach, ne? Hier soll es ins Wasser schubsen, okay? Gehen da drüben erst mal ab, okay? Also kann ich das hier alles abreißen? Schubsen wir mal hier so. Was ist das denn so? Passt. Glaube ich. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob die da hinkommen. Ich glaube eher so, ne? Ich habe es doch anvisiert gehabt. Quark zurück, Timo. Mal gucken, ob es gleich funzen wird. Wir werden es ja sehen. Was haben wir denn noch hier? Forschungslabor. Das habe ich doch besucht. Oh, war das direkt am Hafen? Ich weiß es nicht. Such der Eingang. Oh, war das nicht schön. Musik. Labors bereit. Ging jetzt aber schnell. So, was haben wir? Oh. 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 Hört das auch mal auf? Okay. Ja, nein. Ist das immer ein schöner Baum, du? Was haben wir hier? Ein Handelsstock. Und wie forsche ich danach? Warum laufen die auf super schnell, Mann? Ich weiß nicht. Ach, okay. Okay. So. Ich würde erst mal sagen, Landwirtschaft. Starten wir die Forschung. Sehr amüsant. Gut. Jetzt sind wir gleich mal weiter. Hell, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Hm. Das war im späteren Verlauf. Sehr gut, Hitman. Okay. Ich gucke mir das mal an. Ähm. Wird bestimmt lustig, weil, ähm. Ich hab noch keinen Peil von dem ganzen Game. Aber wir werden es vielleicht sehen, wie es weitergeht. Ob wir uns hier rein... ...friemeln können. Ähm. Also es funktioniert nicht. Er kann keinen Müll ausliefern. Ach, das war meine Müll-Sammelstelle. Ja, er fährt. Wer rüttelt hier an was? Ja. Es bleibt alles so, wie es ist. Obwohl wir heute kein Battle Royale spielen, ne? Aber... ...ist leider jetzt kurzfristig ausgefallen. Für mich kurzfristig. Er ist so spät im Discord unterwegs. Er hat auch Urlaub hier dann genießet. Von der Firma in der Firma. Okay. Werft muss zuerst repariert werden. Kann es sein, dass ich keinen Sprit mehr habe? So. Länger sehen. Orangelaide. Untertitelung des ZDF, 2020 Derờ